da ist wieder viel zu leichten gang drin die landung war tiefer als erwartet oh oh das war nix im hinterrad ah fuck mein kontaktlinz ist verrutscht blinzeln blinzeln ok besser hau fucky hab ich ihn juhu hab die kurve gekriegt auch wenn ich mich voll dämlich angestellt hab aber ich hab sie gekriegt und das ist die hauptsache fuck ok jetzt muss ich mal kurz pausieren ich muss definitiv wieder viel mehr fahren und weniger moa jammern und motzen einfach fahren woops wo ja jaa herzschlag ich weiß ja jaa herzschlag ist ok ja 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 jetzt bin ich auch schon lange nicht mehr in die richtung gefahren und so erfahr ich den aktuellen gegen gesetzte richtung krass ja 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 ich ach ja den ganz alt ist am motzen der scheiß gps dein herz lag nicht so schnell ja da muss ich den steffen tiefer beendern ich hoffe das tut sich auch jetzt haben wir hier nochmal ein schönes panorama in die rheinebene auch wenn wir schon ein gutes stückchen vom rheine wechseln jetzt geht es dann hier runter das war jetzt semi produktiv normalerweise hier also spitz kehren nicht abkürzen als ob ich... fuck stock das geht schon wieder brutal in die hände und recht schöner aussicht... wie immer ja 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 das machen wir mal langsam die kraft ist doch schon einigermaßen verbraucht ja nicht nur die vom akku auch meiner ich glaube ich höre wieder eine kette da muss ich nochmal vielleicht dran ja jup servus servus ich glaube ich kann das Fahrwerk auch nochmal einstellen ja